Wieso habe ich jetzt Null Schuss auf einmal? Hast du den Heli abgebaut? Ach ja, Helikopter abbauen sollte die nicht. Das ist übrigens auch noch einer der Gründe, weshalb wir die nicht abbauen. Dann war es das für mich. Dann fliege ich nämlich nach Hause, weil ich habe kein Eisen mehr dafür. Oder ich fliege drüber und nehme eine Vogelperspektive. Ich kann dir Eisen leihen. Wie viel hast du denn zum leihen? Nein, wie viel hast du denn zum leihen? Weil mit zwei Eisen. Achso, nein, 20 würden reichen oder so. 20 Eisen würden reichen. Dann kriegt man bestimmt hin. Ich habe 20 Gunpowder habe ich selber noch. Dann schreibt dir das bitte auf deine... Ich habe verliehen. Ich bin quasi an dem Punkt, der gesagt wurde zum Starten. Also an dem Waypoint, genau. Begrüß 건�ur. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe tatsächlich Items abgeschossen, ich glaube es nicht. Oh Scheiße. Ich bin irgendwie verloren, wo ich eigentlich hin muss, da ist das Battle Royale. Ich habe keine Ahnung, wo Spark gerade sich befindet. Fuck. Oh Scheiße. Oh, das war so cool. Scheiße. Ich war Pommelt bei Spark of Phoenix. Leute, ich hoffe euch hat es gefallen. Danke schön, dass ihr dabei wart. Ich habe es wirklich geschafft, mal ein bisschen länger auszuhalten als zwei Runden und nice. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.